Das habe ich dann drei Jahre gemacht und dann habe ich schon Kontakt mit Herrn Ziffer, die habe ich wiederum gekannt durch die Verkauf der Trakturen, weil der Herr Ziffert mal Traktur zuhause hat und da wollte ich den Hof zum Magner bekommen, das war Anfang 21, da habe ich die Powerdrain übernommen, die Powerdrain ist sehr bereich in den Magner, dann wieder ein Getriebe gerecht zu stellen, die Instrumenterkomponenten. Wenn man jetzt ein Unternehmen leitet, dann kann man sicherlich in schwierigen Zeiten, aber auch in normalen Zeiten des Unternehmens formulieren, dass ich das Maximale da rausnehme. So wie die Zahl des Unternehmens, das ist ein Teil der großen Unternehmens, der am Umsatz von den Kixen oder den Ergebnis von Y, dann machen wir das Ergebnis von Y und sagen, man kann sagen, wir haben 100 Millionen Umsatz, wir haben 10 Millionen Ergebnis. Diese 10 Millionen Ergebnis kann ich sicherlich, wenn ich das Unternehmen noch stärker führe, noch mehr aus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herausholen, steigern auf 12-13 Millionen. Das ist aber in meiner Ansicht nicht nachhaltig, da sind wir genauer in dem Thema. Wie gesagt, ich habe die Geschäftsführung gescheitert, und das wird dann in meiner Ansicht auch sicherlich vermissen werden, man hat beim Burnout bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann wird die Organisation verschleift.